Das ist natürlich sehr schlecht, wenn man speziell Familien ansprechen möchte, wenn auch Kinder Platz haben sollen in so einer Struktur, was ja oftmals bemängelt wird in der Linken, dann ist natürlich eine Kneipe oder ein Partyraum sehr schlecht geeignet. Dass wir so ein positives Bild irgendwie einfach haben, es gibt total viel revolutionäres Potenzial in unserer ganzen Nachbarschaft. Dass irgendwo was anderes an einem anderen Ort für irgendwie was Großes Politik machen ist, sondern dass es ganz vor Ort, unser Widerstand, unsere Politik passiert. Daraus dann halt wirklich diesen kollektiven Kampf zu ziehen, für den ganzen Stadtteil einfach einzutreten, das ist halt ein riesiger Unterschied und das ist total die Stärke, die die Linke da einbringen kann. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Ein kurzes Winken mit Kopfhörern im Ohr, ein verkrampftes Lächeln oder ein Zettel mit dem Hinweis, das Paket liegt beim Nachbarn. Für viele ist das die Interaktion mit der eigenen Nachbarschaft. Für viele ist aber auch genau das eine Zerreißprobe. Jedes kurze Winken ist von einem Drang begleitet, die Kopfhörer rauszunehmen und zu fragen, wie es gerade auf der Arbeit läuft. Jedes verkrampfte Lächeln kurz davor, zu ehrlicher Freude jemanden wiederzusehen zu werden. Und jeder Zettel zur Paketabholung beinahe eine Einladung zum Verweilen mit nettem Plausch und Kaffee. Eigentlich immer bleibt das aber nur eine nette Träumerei. Und selbst wir, deren Strategie schon immer Selbstverwaltung und kollektive Macht ist, scheitern häufig an diesen alltäglichen Situationen, welche genau das erst ermöglichen. Wir wissen eher durch Nachrichtenportale, was die Nacht zuvor mit viel Blaulicht zwei Straßen weiter passierte. Wir werden fragend beäugt, wenn wir mit Fahnen durch die Straßen laufen. Wir fahren in die Innenstadt, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Wissen aber nicht, dass der Nachbar aus Sri Lanka übermorgen abgeschoben wird. Wie kann das sein? Das hat viele Gründe. Vom Konkurrenzdenken zur Vereinzelung, welche ihre eigenen Folgen verdienen. Aber ein ganz anderer, zentraler ist, dass uns die Orte fehlen, an denen wir mit wirklichem, nicht erkauften Interesse gefragt werden, wie es einem geht, wie man dir helfen kann. Heute in der 95. Folge über revolutionäre Nachbarschaftsarbeit wollen wir deswegen über die Wichtigkeit dieser Orte sprechen. Der Strategie, die hinter ihnen steckt und unserem Projekt, um diese zu verwirklichen. Und das tun wir nicht alleine, sondern mit Laura. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, bevor du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst, werde ich euch nochmal kurz auf eine Reise mitnehmen, was wir uns heute überlegt haben. Und zwar sprechen wir zuerst über Nachbarschaftsarbeit in der Linken. Warum brauchen wir mehr Nachbarschaftsarbeit, ist unser zweiter Punkt. Und als drittes dann der Unionsalon, die Vorstellung über die Räumlichkeit, die wir gerade in Dortmund aufbauen. Und ja, stell dich gerne einmal vor. Ja, cool. Genau, ich bin Laura. Ich komme aus Dortmund, wohne hier auch und komme von der Feministischen Initiative Ruhr und auch dem Kollektiv vom Unionsalon. Ja, heute wird es ja ein bisschen anders laufen als bei anderen Gastfolgen. Wir werden ja uns heute eher so gut abwechseln in der Aufnahme, nicht so wie bei anderen Gastfolgen, dass wir unsere Gäste vor allen Dingen zu Wort kommen lassen, weil wir alle drei auch Teil dieser Nachbarschaftsinitiative sind. Nur, dass ihr das schon mal vorweg wisst. Ja, dann würde ich sagen, starten wir durch direkt. Nachbarschaftsarbeit in der Linken. Welche Räume gibt es da eigentlich? Da finde ich es vorweg erstmal spannend, einen Punkt anzusprechen, der bei dieser ganzen Raumfrage häufig hinten rüberfällt. Und das ist nämlich, dass es ganz viel Nachbarschaftsarbeit in der Linken gibt, der gar keinen eigenen Raum hat. Und ich finde, daran sieht man dann auch häufig die Begrenzung von der ganzen Sache. Es gibt verschiedenste Initiativen aus der Linken, die einfach so ein bisschen vor sich hin versuchen, mit der Nachbarschaft in Kontakt zu kommen, denen es aber dann genau daran mangelt, dass sie keinen eigenen Raum haben. Und man merkt, diese Initiativen, wie sie dann auch immer sehr schnell abflachen und auch die vor eigentlich gesetzten Ziele nicht erreichen können. Hast du da Beispiele für? Ich finde es gerade ein bisschen schwer, mir vorzustellen, was du meinst. Also ich kenne es tatsächlich sehr stark, einmal aus der eigenen Stadt, wo ich jetzt verschiedene Initiativen nicht kleinreden möchte, aber auch gerade, wenn ich so in die Öffentlichkeitsarbeit von vielen politischen Gruppen schaue, dass sie ganz häufig dann mit so Infotisch-Projekten anfangen oder einfach mal einen Stand zu machen, in dem dann einfach ein paar Lebensmittel verteilt werden, Suppe angeboten werden, mal Waffeln gemacht werden und damit auf irgendein Thema aufmerksam gemacht wird. Was an sich erstmal Sachen sind, die ich natürlich gut finde, die ich deutlich besser finde als vieles andere, was aus der radikalen Linken kommt, aber gerade da, finde ich, merkt man dann auch, wie wichtig eigentlich diese Raumfrage für diese Sachen ist, weil die allerwenigsten Leute kriegen von diesen Ständen dann einfach mal so mit. Und da muss man sich schon ganz genau abtakten, und das kenne ich auch aus der eigenen Erfahrung mit diesen Tisch-Initiativen, wo man sich einfach mal irgendwo hinstellt, dass man ganz genau gucken muss, wo sind jetzt die größten Ströme an Leuten, dass sie vorbeikommen. Ganz häufig ist es ja auch nicht geplant, dass man dann sagen kann, wir sind jetzt regelmäßig zu denen und den Tagen, das sind ja schon die Besseren von diesen Projekten. Und es fehlt einfach daran, dass die Leute einfach sagen können, zu denen und den Zeiten kann ich immer unter der Woche klar vorbeikommen und mit euch ins Gespräch kommen. Und das zeigt für mich immer wieder, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir diese festen Räume dann haben, damit die Energie, die da reingesteckt wird, auch wirklich am Ende des Tages Früchte trägt. Ja, voll, da fehlt halt auf einmal auf der einen Seite total die Verbindlichkeit, dieses regelmäßige Dasein, aber halt auch so die Gemütlichkeit. Wenn ich mir vorstelle, da ist ein Infotisch, voll interessant, so bleibe ich aber nicht länger als zehn Minuten stehen, einfach, wenn es irgendwie regnet, kalt ist, genau, fehlt halt einfach der Aspekt. So, ich bin halt auch voll gerne da, so wichtig das ist. Ja, das war auch über lange Jahre in Dortmund, damals mit dem Black Pigeon, mit dem anarchistischen Zentrum eigentlich auch so, dass wir dann sehr viel auf der Straße gemacht haben, aber auch eben die Leute dann eingeladen haben in den Laden. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass viele Menschen auch aus der Nachbarschaft und auch über die linke Blase hinaus über die Jahre in den Raum gekommen sind, weil sie sozusagen von der Straße abgeholt wurden. Und das ist ja eigentlich auch das, was dann wichtig ist, dass so eine Nachbarschaftsarbeit nicht nur einfach dieser Arbeit willen betrieben wird, dann kommt es halt oft eher zu so einer Sozialarbeit eigentlich fast schon, sondern dass auch der Anspruch ja wirklich da ist, Menschen zu organisieren, anzusprechen, dass sie auch selber tätig werden für ihre eigenen Interessen. Und da sind dann natürlich eben solche Räume, die es dann gibt, erstmal potenziell natürlich eine gute Sache, weil sie diese Anschlussfähigkeit zumindest erstmal allgemein so ein bisschen eröffnen. Und da haben wir natürlich auf der einen Seite explizite Nachbarschaftsräume, die gibt es ja durchaus in unterschiedlicher Ausführungen. Da gibt es dann sicherlich manchmal Räume, die auch wirklich ein strategisches Konzept dahinter haben und wo sich auch linke Gedanken darüber machen, wie sie diese Nachbarschaftsarbeit betreiben. Aber es gibt natürlich auch Räume, die eher so nebenher auch was mit Nachbarschaft machen oder eher so ein Zufallsprodukt kreieren, aber da nicht wirklich das konsistent verfolgen. Und als nächstes gibt es natürlich auch sehr groß autonome Zentren oder soziale Zentren, was ja im Prinzip dann noch so ein Überhangsprodukt aus den Hochzeiten der autonomen Szene eigentlich ist, wo viele dieser Räume ja auch entstanden sind, speziell die großen Räume, die man ja auch kennt, wie jetzt Rote Flora oder so. Oder aus der autonomen Jugendkultur sind ja auch noch speziell in kleinstädtlichen Regionen öfter mal auch so ein paar Räume übrig geblieben. Und die bieten natürlich vor allen Dingen Anschlussfähigkeit eigentlich für Subkulturen, also für Punk-Subkultur, manchmal auch Hip-Hop-Subkultur zum Beispiel, sind ja auch viele bekannte Acts. Jemand wie Jan Delay oder so, der hat dann auch in solchen Zentren angefangen, was ja auch ein Teil dann halt von so einer Arbeit im Viertel auch sein kann, dass solche Nischen dann auch ihren Platz haben, ihre Freiräume haben. Ja, ganz häufig sind diese Räume ja auch mit einer zentralen Art von Raum oder Funktion verbunden und das ist der des Partyraums oder der Kneipe. Das sorgt natürlich auch direkt für eine bestimmte Aktivität, die da drin vorherrscht und das ist ja auch was, wo wir schon an anderer Stelle bezüglich Az-Assets drüber gesprochen haben, was ein großes Problem bildet. Ich finde einfach diese Verbindung von einem tatsächlichen Nachbarschaftsraum, wo die Leute tagsüber reinkommen sollen, das verbindet sich häufig recht schlecht mit dem Konzept von einem Partyraum oder von einer Kneipe. Was alleine daran liegt, dass es nicht sonderlich familienfreundlich ist, dass es auch einfach viele Leute, die sagen wir mal jetzt etwas kritischer gegenüber Alkohol eingestellt sind, tendenziell ausschließt. Und natürlich noch eine große Sache, dass es gerade, wenn es nicht einfach nur ein gemütlicher Tresen ist, sondern vor allem Partyraum zu extrem viel Verschmutzung führt. Und ich finde, man kann schon immer sehr gut sehen, also sagen wir mal, linke Räume haben an sich schon ein unrühmliches Verhältnis zu Sauberkeit und netter Inneneinrichtung. Aber ich finde, wenn man da über die Jahre so den einen oder anderen Raum mal gesehen hat, dann kann man schon recht gut direkt auf den ersten Blick beim Durchschreiten der Tür auch sehen, ob dieser Raum jetzt zusätzlich noch für Partys verwendet wird oder nicht. Ja, ich denke dann halt immer direkt an so einen ziemlich dunklen Raum, am besten noch so ein bisschen verraucht, weil das mit den Rauchgesetzen jetzt auch nicht so eng gesehen wird und ganz vielen Tags an den Wänden, auf den Klos und hat natürlich auch ein bisschen damit zu schulden, dass die halt oft nicht kommerziell sind so und es natürlich dann auch genau jetzt keine regelmäßigen Putzdienste gibt, die wahrscheinlich sich da auch eher so gedrückt wird. Aber genau, es ist halt einfach kein einladender Raum für irgendwie Partyabende mit den besten Freunden, bestimmt ganz witzig mal, aber halt einfach nicht so sinnvoll oder jetzt keine sinnvolle Strategie, um politische Arbeit zu machen, um halt auch Leute außerhalb der eigenen Subkultur so zu erreichen, außer vielleicht Partygänger, die da gerne auch mal den Techno-Act hören wollen. Das ist ja wirklich ganz witzig, auch da finde ich, dass das ja trotzdem teilweise versucht wird. Ich muss ja mal denken an das autonome Zentrum in Aachen. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist tatsächlich ein Bunker, was auch schon irgendwo ganz witzig ist, also wirklich unter der Erde. Das guckt halt so ein, also früher jetzt mittlerweile ist ein Hotel auf dem Bunker draufgebaut, aber früher guckte halt so ein kleiner Steinklotz da raus und dann ging man halt runter über so ganz viele Treppen und kam dann irgendwann ganz unten in so Räumlichkeiten an. Das ist ja auch relativ groß dann, aber da hat dann zum Beispiel die Freie Arbeiter in Union zumindest zeitweise, glaube ich, dann auch so eine Sozialberatung halt gemacht. Das finde ich dann halt schon sehr unterhaltsam. Also wer jetzt halt außerhalb von Szene sozusagen soll, jetzt halt bitte in so einen Bunker durch irgendwelche Schutztüren da sich irgendwie runterbegeben. Und solche Beispiele gibt es ja doch einige andere. Das ist vielleicht nur das extreme Beispiel. Ja, oft sind es ja auch nicht nur, also es ist ja nicht nur so die Inneneinrichtung oder so das erste Erscheinen, sondern auch so diese Regeln und diese Codes, die es halt innerhalb dieser Räumlichkeiten gibt. Also ich glaube, viele Leute würden wahrscheinlich auch innerhalb von einer halben Stunde einfach rausfliegen, weil da halt einfach sehr hohe Hürden irgendwie gesetzt werden, die auf der anderen Seite natürlich voll nachvollziehen kann, dass man irgendwie einen Schutzraum oder irgendwie einen sicheren Raum irgendwie bieten möchte. Gerade beim Feiern für Frauen ist es natürlich total wichtig zu wissen, okay, hier hören mir Leute zu oder schenkt mir Glauben, wenn ich sage, der Typ verhält sich scheiße. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass die wenigsten, also natürlich jetzt außer, was Übergriffe angeht, aber so diese Codes, irgendwie was Rassismus angeht, was viele andere Themen einfach angeht, dass genau die Schwellen da einfach super hoch sind, dass Leute Angst haben, was Falsches zu sagen oder dem halt einfach nicht gerecht wird, weil ja auch vorausgesetzt wird. Das gibt es ja einfach nicht und nicht, ey, wir schaffen hier einen Ort, wo wir gegenseitig lernen, dass es so, also genau, dass es das einfach nicht gibt. Ja, und wenn wir jetzt auch noch weiter zum Thema Kneipe vor allem gehen, was du ja gerade schon angesprochen hattest, Joshua, dann ist es natürlich auch eine Frage des Konsums. Freiraum gilt natürlich auch häufig für Konsumfragen und das ist natürlich sehr schlecht, wenn man speziell Familien ansprechen möchte, wenn auch Kinder Platz haben sollen in so einer Struktur, was ja oftmals bemängelt wird in der Linken, dann ist natürlich eine Kneipe oder ein Partyraum sehr schlecht geeignet. Ja, ich finde an diesem Versuch, das beides, Nachbarschaftsraum und Kneipe miteinander zu verbinden, sieht man ganz häufig, dass bei vielen Linken da eigentlich der Leitspruch gilt, zuerst kommt das Saufen und dann die Moral und man eben erstmal sich denkt, ich mache mir jetzt hier einen netten Partyraum, eine nette Kneipe, wo ich mit meinen Leuten abhängen kann, wo dann, sagen wir mal, jetzt die Zähne der Stadt zusammenkommt und dann erinnert man sich daran, warte mal, da war ja noch etwas mit Revolution und linker Radikalität und dann versuchen wir es doch mal jetzt noch eine Sozialberatung oder ein Nachbarschaftskuchenessen immer sonntags als Katerfrühstück anzubieten. Und da kann man sich dann wirklich nur fragen, warum seid ihr nicht ehrlich und trennt das mal einfach. Andere Räume, die ich ganz spannend finde, die häufig auch eher hinten rüberfallen bei dieser ganzen Sache von Nachbarschaftsarbeit, sind die wirklich zahllosen parlamentarischen Räume, die wir so in unseren Städten finden. Also ich finde, gerade bei der Linken sieht man, dass viele von deren Parteibüros dann häufig genau die Funktionen unter anderem erfüllen sollen, die man sich dann aus einer linksradikalen Perspektive von Nachbarschaftsräumen eigentlich wünschen würde, wo dann auch verschiedene Treffen stattfinden von unterschiedlichen Initiativen. Nur wo es auch ganz schade ist, dass dann natürlich versucht wird, weil dafür sind ja diese parlamentarischen Räume dann natürlich da, das alles dann irgendwie in die Parteipolitik und auch in den parlamentarischen Erfolg dieser Partei mit einzuweben und natürlich gleichzeitig häufig sich dann auch noch ja diesen ganzen Anstrich zu geben von, wir machen hier ja nicht nur Politik für die Parlamente, sondern wir sind natürlich ganz nahbar und vor Ort ansprechbar. Gut, vielleicht kommen wir nochmal zu der Frage, was Nachbarschaft überhaupt ist, weil da gibt es ja tatsächlich auch unterschiedliche Ansätze der Definitionen und unterschiedliche Herangehensweisen innerhalb der Linken. Einer wäre zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Fokus auf marginalisierte Teile der Gesellschaft. Also da gibt es ja ein paar Räume und Ansätze und auch von Nachbarschaft zur Arbeit ohne Räume natürlich, die halt sagen, wir probieren speziell in Vierteln aktiv zu sein, wo viele marginalisierte Teile der Gesellschaft leben. Oder wir machen zum Beispiel speziell Geflüchtetenarbeit bei der neuen Geflüchtenunterkunft, die unsere Nachbarschaft aufgemacht hat oder so. Ja und natürlich auch, was feministische Kämpfe angeht, gibt es da Ansätze, die in Nachbarschaft stattfinden. Ja, ich glaube auch in Berlin hat ja zum Beispiel auch die Migrant-Tifa einen Raum eröffnet. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass halt vor allem Personen anspricht, die irgendwie von Rassismus betroffen sind, aber eben auch darüber hinaus genau Nachbarschaftsarbeit in einem Viertel zu machen, wo viele prekarisierte Menschen einfach leben. Oder das andere, das haben wir ja natürlich jetzt gerade auch schon ein bisschen besprochen mit den Autonomzentren, wäre ein Fokus auf subkulturelle Teile der Gesellschaft, die ja trotzdem auch ein Teil von Gesellschaft ist. Also es geht ja jetzt nicht nur um irgendwie so eine kleine linke Punk-Szene oder so, sondern es ist ja auch wirklich ein relevanter Teil von Gesellschaft, so ein Kulturbetrieb und Theater und alle möglichen Musikgeschichten und so. Und das ist natürlich auch, das meinte ich gerade mit, das kann auch seine Funktion haben, wenn dann halt eben so eine Jugendgruppe in dem Band halt hat, die dann da proben kann oder so, dann ist das natürlich eine gute Sache. Und das hat natürlich auch über die Jahrzehnte sehr, sehr viele Menschen, letztendlich auch die jetzt vorher mal nicht wirklich links waren, links geprägt, weil es nun mal diese Orte ja auch ermöglichen, mit knappem Geldbeutel oder gar keinem Geld dann auch solche Unterfangen zu starten, überhaupt so kulturelle Angebote oder kulturelle Entfaltung zu realisieren. Ja und so ähnlich sieht das ja auch mit einem Fokus dann auf bereits linke Teile der Gesellschaft in verschiedenen Städten aus. Das ist ja eher ein Phänomen, was wir dann, wenn wirklich das mit Nachbarschaftsarbeit verbunden ist, dann vor allem eher in den großen linken Vierteln Deutschlands sehen. Also Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain oder Connewitz, St. Pauli, wo man dann auch vor allem mit den Vorträgen und Angeboten dann wirklich eine große Masse an Leuten erreicht. Ich meine, Veranstaltungen, die auf bereits linke Abzielen, sehen wir eigentlich in allen Räumen, die auch von der Linken ausgehen, was natürlich auch recht naheliegend ist. Nur leider sehen wir dann auch in vielen Städten, dass das, sagen wir mal, ein sehr begrenztes Spektrum an Leuten dann überhaupt ansprechen kann, weil wir viele Städte haben, in denen die radikale Linke nicht sonderlich stark ist. Das ist dann auch immer schade, wenn man das dann sieht, wenn, ihr kennt das vielleicht von einem Raum auch bei euch in der Stadt, wenn man dann eigentlich immer und immer wieder am Schaufenster vorbeigeht und man sieht jede Woche oder jeden Monat zu den gleichen Vorträgen die immer gleichen acht Leute, die da sitzen und diskutieren. Ja, und ich erinnere mich an eine Orientierungswoche, wo in einem Raum von der Unistadt, es war so eine alternative Orientierungswoche für neue Studis, um mal die linke Szene kennenzulernen. Und da wurde irgendwie ein Vortrag organisiert zum Thema Antisemitismus, der aber irgendwie von jemandem, von der, ich glaube, Bahamas oder so mitorganisiert wurde oder gehalten wurde, was halt also wirklich ein schon sehr großes, grundlegendes Verständnis irgendwie braucht. Und das halt irgendwie als Einführungsveranstaltung in einem linken Raum irgendwie zu machen und dann irgendwie sich zu hoffen, dass dann auch neue Leute kommen, ist halt auch ganz schön optimistisch. Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass natürlich kein Raum jetzt alle Teile der Gesellschaft ansprechen kann. Auch wenn du eine strategische Nachbarschaftsarbeit machst, die sehr stark auch außerhalb von der linken Szene abzielt, wirst du einfach einen gewissen Teil an Gesellschaft aus unterschiedlichen Gründen dann nicht ansprechen. Allein schon dadurch, dass sich halt immer ja so ein gewisser Kreis an Leuten um so einen Raum herum bildet. Und das schließt jetzt vielleicht nicht automatisch andere Leute aus, aber es macht vielleicht den Zugang für andere Leute dann halt etwas schwieriger. Aber natürlich ist der Fokus, wenn du den schon setzt auf außerhalb von der Szene Wirken, dann ist es natürlich durchaus auch möglich, breitere Gesellschaftsschichten zu erreichen, so wenn du das halt vernünftig machst und auch unterschiedliche Leute zusammenzubringen, die halt vormals eigentlich dann eher nicht sich sonst irgendwo anders begegnen würden. Das ist ja auch mit ein Ziel von solchen Räumen, finde ich, von richtigen Nachbarschaftsräumen, da auch gewisse Grenzen in der Nachbarschaft zueinander zu sprengen. Ja, und ich finde gerade diesen Ansatz sehen wir leider wirklich sehr selten. Also wir sehen das natürlich, dass es explizit den Versuch gibt, einen Nachbarschaftsraum für eine ganz bestimmte Gruppe häufig zu schaffen und sich dann da voll und ganz drauf zu fokussieren. Und wir sehen aber auch viele Räume, die genau das auch machen, die beispielsweise dann nur akademische Linke immer wieder da sitzen haben, die aber sich dann häufig auf die Fahne schreiben, das wird man ja überhaupt nicht machen, man versucht ja die ganze Nachbarschaft anzusprechen. Und eigentlich sind doch alle in dem Raum willkommen. Wir reflektieren auch viel darüber, um dafür zu sorgen, dass alle in diesem Raum willkommen sind, aber wir wundern uns immer, warum kommen die denn nicht? Und ich finde, da müsste man dann eigentlich einen guten Mittelweg finden, sich auch einfach mal Gedanken darüber zu machen, mit dem Habitus von unseren Leuten, mit den Leuten, die wir jetzt hier selber im Kollektiv sind und auch mit dem, wie wir unseren Raum gestalten, in was für einem Viertel wir überhaupt sind. Und was gibt es da auch schon für Räume, mit welchen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, die sich darin treffen, die darin aktiv sind? Wer wäre es eigentlich, den wir wirklich hier mit Nachbarschaft ansprechen können? Und ich finde es wichtig, was du gesagt hast, dass man natürlich immer versuchen sollte, auch diese Grenzen, die es dort einfach gibt, zu sprengen und dafür zu sorgen, dass die Leute, die sonst nicht zusammenkommen, dort zusammenkommen. Ja, ich finde, mit den ganzen vorhergesagten Sachen, ich hoffe, wir wurden auch dabei nicht zu polemisch, haben wir eigentlich festgestellt, dass viel von dem, was aktuell an Nachbarschaftsarbeit in der Linken passiert, ziemlich mangelhaft ist und deutlich ausbaufähig. Und da können wir uns ja jetzt eigentlich mal die Frage stellen, was geht uns da eigentlich flöten? Warum brauchen wir mehr Nachbarschaftsarbeit? Man kann ja nicht fast schon sagen, warum braucht man mehr strategische Nachbarschaftsarbeit, weil tatsächlich daran ja oft fehlt, dass man sich wirklich, was du gesagt hast, hinsetzt, überlegt, was ist also die Situation im Viertel, wen erreiche ich, wie erreiche ich die Leute und so weiter und so fort, weil das passiert natürlich nicht alleine. Aber dann, im besten Falle, ist es eine Möglichkeit, sich lokal zu verwurzeln in der eigenen Lebensrealität. Es ist, er schafft einfach für Revolutionäre, für Revolutionärinnen eine Ansprechbarkeit in dem entsprechenden Viertel. Und es kann halt dazu führen, dass wir den Kreis erweitern von den Leuten, die diese Revolutionärinnen bilden. Wenn es diese Ansprechbarkeit nicht gibt, eben dieses typische Bild von einfach nur, wir ziehen halt einmal im Monat oder alle paar Monate mal durch so eine Straße mit einer Demonstration durch, dann haben die Leute natürlich auch gar keine Verbindung zu einem, gar kein Bild von einem, sehen einem vielleicht nur hinter irgendwelchen hochgezogenen Transparenten mal herlaufen. Aber wenn du natürlich als ständige Ansprechperson innerhalb von so einem Viertel agierst, die Leute dich auch persönlich verbinden mit gewissen Inhalten, damit verbinden, dass du gute Sachen für die Nachbarschaft, für sie selbst machst, dann ist es natürlich eine ganz andere Form des Zugangs zu unseren Ideen und zu dem, worauf es uns ankommt und unsere Sicht auf die Welt. Ja, und das hat auch ganz viel mit der Sicht auf die Gesellschaft und auf die Welt zu tun. Weil wenn ich als Linke irgendwie denke, boah, die Gesellschaft an sich, also wir sind erstmal gar kein Teil der Gesellschaft so und die Gesellschaft an sich ist irgendwie rassistisch und antisemitisch und was auch immer oder sexistisch so, dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn, irgendwie mit der Gesellschaft gemeinsam, also mit den NachbarInnen gemeinsam, revolutionäre Strukturen so anzustoßen. Ich finde es total wichtig, dass wir so ein positives Bild irgendwie einfach haben. Es gibt total viel revolutionäres Potenzial in unserer ganzen Nachbarschaft. Es gibt eben auf der einen Seite schon bestehende Strukturen und dann sind eben so Unterdrückungsmomente, sind steigende Mieten, sind steigende Lebenserhaltungskosten. Davon sind wir halt also ein Großteil einfach unserer Nachbarschaft betroffen. Und deshalb macht es natürlich auch einfach total Sinn, mit der Nachbarschaft gemeinsam dagegen zu kämpfen und eben auch die positiven Potenziale irgendwie zu sehen. Ja, und das finde ich ganz wichtig, was du ansprichst, weil das finde ich, muss man sich immer ins Gedächtnis rufen, dass das wirklich ein wechselseitiges Verhältnis ist. Dass es nicht nur darum geht, dass wir für die Nachbarschaft ansprechbar sind, sondern dass auch die Nachbarschaft für uns ansprechbar ist. Dieses sich einkerkern in den eigenen Räumen, dieses sich bis auf einzelne Demonstrationen, wie du schon gesagt hast, einfach nur verstecken, das isoliert einen auch selber. Und das nimmt uns so viel. Weil das muss man ja auch mal dazu sagen, wir mit unserer Politik brauchen die Nachbarschaft eigentlich viel mehr, als sie uns dann braucht. Wir sind nicht irgendwelche Erlöser, die in diese Viertel kommen und dann mal nett jetzt hier alles gerade biegen und dann die große Revolution machen und die Leute befreien, sondern das ist ein wechselseitiges Verhältnis. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Und neben diesem Allgemeinverhältnis sehen wir auch einfach in vielen Punkten, wie dieses aktuell absolut kaputte wechselseitige Verhältnis uns super viel wegnimmt. Und da denke ich zum einen beispielsweise an den Informationsfluss aus der Nachbarschaft zu uns, wie ich einmal in der Anleitung angesprochen habe, wie viele von uns wissen denn eigentlich gar nicht, was alltäglich in unseren Vierteln abgeht. Da denke ich immer auch hier an unseren lokalen Aktivismus, wo ich mit verschiedenen Leuten schon beispielsweise über das Thema organisierte Kriminalität, Glücksspiel, Prostitution gesprochen habe, die überhaupt keine Ahnung davon hatten, welche Leute beispielsweise in einzelnen Räumen, Cafés, wie man sie ja kennt, hier überhaupt ansässig sind. Die sich dann einfach da reingesetzt haben, um einen Kaffee zu trinken und dachten, das wäre einfach ein Laden wie jeder andere. Oder die sich gewundert haben, warum es jetzt vor dem einen Kaffee immer ständig Stress gibt. Und das ist eigentlich absolut zentral, um wirklich einen guten Aktivismus in der Nachbarschaft voranzubringen, dass wir überhaupt erst mal wissen, was hier passiert. Gerade wenn auch irgendwie als Antifaschistinnen ist es eben total wichtig, wie ihr das gerade schon angesprochen habt, wenn ich irgendwie mit 50 Leuten durch den Stadtteil ziehe, weil da irgendwie Nazi-Aktivitäten sind. Das ist vielleicht für einen Tag, kann man da irgendwie eine Stärke demonstrieren. Aber im Endeffekt musst du natürlich mit den Leuten vor Ort, die auch davon betroffen sind, die ja auch unter den Nazis oder unter irgendwie reaktionären religiösen Gruppen leiden. Also natürlich ist es wichtig, einfach vor Ort dann Strukturen zu bilden, die halt immer da sind und die immer auch eine Gegenwehr organisieren können. Und da ist auch genug Potenzial. Es sind dann nicht nur organisierte Antifas, die Nazis scheiße finden oder die IslamistInnen scheiße finden. Das ist natürlich dann total wichtig. Das Potenzial ist einfach schon da und das können wir dann auch nutzen. Und das, was du sagst, schafft ja dann auch wiederum den Schutz für uns als Revolutionärinnen, die in dieser Nachbarschaft leben. Natürlich, weil das ist der einzigste Schutz, den wir letztendlich wirklich haben, ist der Schutz dadurch, dass wir bekannt sind als vernünftige Leute in der Nachbarschaft. Wenn du halt einfach nur als so einen Störfaktor empfunden wirst, wenn du einfach nur als Leute, die da halt Krawall machen oder was weiß ich, empfunden wirst, dann scheißen die Leute halt auf dich. Aber wenn du halt wirklich bekannt dafür bist, dass du eine gute Arbeit machst und dass sich Leute halt einfach kennen, dass sie dich schätzen und du sie schätzt, dann ist das ein riesiger Schutzfaktor. Ist auch egal, in welche Richtung der Schutzfaktor geht. Der geht in alle Richtungen. Der geht in Richtung, was du angesprochen hast, mit Nazi-Gewalt, mit religiösen Gruppen. Der geht aber auch zum Beispiel in Sachen Repression. Dann ist halt eben irgendwo eine Hausdurchsuchung in einem Laden nicht einfach irgendeine random Hausdurchsuchung, sondern dann ist das halt eine Hausdurchsuchung, wo die Leute das selber so empfinden, als da werden wir auch mit angegriffen. Und dann stehen wir natürlich in einer ganz anderen Position, um mit solchen Situationen umgehen zu können. Und auch natürlich, was patriarchale Gewalt betrifft, wenn ich irgendwie daran denke, wir wissen nicht an unserer Haustür nebenan, was da irgendwie passiert. Aber wenn du halt wirklich Strukturen schaffst, wenn du die Frauen da schon kennst, die auch von Gewalt betroffen sind, natürlich geht man damit ganz andere, mit total offenen Augen durch die Welt. Und genau, Frauen, die unter gewalttätigen Ehemännern leiden, wissen ja auch, okay, ich kann da auch mal meinen Kaffee trinken, ich kann mich auch ausheulen. Und vielleicht gibt es sogar Leute, die gerade wissen, dass ein Raum in der WG gerade frei ist. Also es sind total viele Kräfte, die da einfach entfaltet werden. Ja, und bei dem, was ihr da beide gerade angesprochen habt, ist es ja auch wirklich traurig, dass für die allermeisten Leute diese Politik, die dann dort gemacht wird, einfach extern wirkt. Viele in der radikalen Linken freuen sich ja immer total, wenn dann darüber gesprochen wird, ja, in dem Problemviertel, wie es so schön genannt wird, in dem sie dann auch ansässig sind, da sind die Leute ja total politikverdrossen und gehen nicht mehr wählen. Und das ist ja eigentlich total stark, weil das zeigt eigentlich nur ihren Antagonismus zu diesem System. Aber ganz häufig sieht es doch auch so aus, dass sie genauso politikverdrossen sind gegenüber dem, was wir machen, weil sie auch das Gefühl haben, das hat eigentlich nichts mit ihnen zu tun. Wie häufig ist es denn so, dass wenn irgendwie die großen Demonstrationen passieren, die dann häufig eigentlich die ganzen Ressourcen des Jahres immer wieder für das eigene Großereignis fressen, dass das dann auch einfach nur durch die Innenstadt läuft und die Leute sich denken, ah, okay, ist jetzt mal wieder eine Demo in der Innenstadt. Wie viel stärker wird es denn wirken, wenn sie auch merken, bei ihnen vor der Haustür, da ganz direkt im Viertel passiert was. Ich habe so viele Leute in meiner Zeit sowohl in Bochum als auch in Dortmund kennengelernt, deren Horizont tatsächlich, und das meine ich gar nicht abwertend, ihre paar Straßenzüge waren, ihr Viertel, die so viele Teile ihrer eigenen Stadt niemals gesehen haben, da niemals rauskommen, weil es für sie im Endeffekt das Rumhängen mit den immer gleichen Leuten gibt, zur Arbeit gehen oder eben andere Sachen machen, Sport auf dem lokalen Fußballplatz oder dann noch vielleicht in dem Boxkeller ein paar Straßen weitergehen. Und genau mit den Leuten müsste man aktiv werden und diesen Leuten müsste man auch zeigen, dass hier in ihrem eigenen Viertel Politik gemacht wird, weil das ist auch das, was uns eigentlich auch unsere eigene Macht zeigt, dass es nicht nur irgendwo was anderes an einem anderen Ort für irgendwie was Großes Politik machen ist, sondern dass es ganz vor Ort unser Widerstand, unsere Politik passiert. Dass eben nicht auch irgendwie quasi die linken Politik für die präkarisierten Menschen machen, sondern dass wir halt einfach gemeinsam die Interessen auch haben, unser Viertel irgendwie frei von Nazis zu halten, dass wir gemeinsam Interesse haben, wenn eine Zwangsräumung ansteht, dass da irgendwie eine Kundgebung gegen organisiert wird, also so, dass genau einfach geschaut wird, wir teilen uns einfach auch die Interessen und das einfach auch deutlich zu machen. Vor allen Dingen, weil wir ja oftmals selbst Teil dieser präkarisierten Massen sind oder in der Regel sogar. Auch geht es natürlich um die Schaffung von einem Umfeld. Wir haben das natürlich auch schon so ein bisschen angesprochen, aber ja, die Linke besteht ja primär eigentlich aus einer Ansammlung von Grüppchen und es geht natürlich auch darum, ein breiteres Umfeld zu schaffen, ein größeres Potenzial zu entwickeln mit niedrigeren Hürden, weil wenn wir die Gesellschaft grundsätzlich verändern wollen, du hast es vorhin schon gesagt, Laura, dann müssen wir das mit der Gesellschaft tun, dann ist die Frage, wie erreichen wir das? Natürlich erreichen wir das halt offensichtlich nicht über irgendwelche Kleingruppenaktivitäten, zumindest kann das vielleicht nur ein ganz kleiner Teil davon sein, meinetwegen, aber vor allen Dingen muss es doch darum gehen, irgendeine Form von Organisation, von Zusammenhänge zu schaffen, die wirklich unterschiedliche Leute zusammenbringen in einem größeren Maßstab. Es gibt sicherlich nicht nur die Nachbarschaft, die das kann, das ist natürlich auch in gewerkschaftlichen Kämpfen oder das kann auch in sozialen Bewegungen außerhalb, die allgemein einfach stattfinden, zum Beispiel irgendwelche Klimakämpfe oder so sein, aber in der Nachbarschaft haben wir auch eben dieses große Potenzial, wirklich dann über eigene Räumlichkeiten und größere offene Treffen zum Beispiel, Menschen das zu erleichtern, dann auch diesen Zugang zu finden, für sich zu kämpfen und dann auch tatsächlich auch mal auf Aktionen, Demonstrationen und sonst was aufzutauchen. Im Endeffekt ist dieses Thema Hürden ja wirklich etwas, was wir alle kennen, was wir alle kennen, die auch, wie viele von euch jetzt wahrscheinlich, in der Linken aktiv sind. Wie häufig wirkt dieser Prozess, in der Gruppe aufgenommen zu werden, total künstlich, komisch und mit so vielen Hürden belegt. Wie häufig freuen wir uns dann bei diesen Kennenlern-Treffen total unwohl oder auch ein bisschen peinlich berührt, weil dieser erste Kontakt ist ja häufig auch komisch. Natürlich gibt es da auch viele andere positive Beispiele, natürlich gibt es verschiedene Wege, wie man auch auf einem anderen Weg dann in die Linke reinkommen könnte. Aber das, was wir uns ja eigentlich damit zurückholen wollen, ist dieser natürliche Prozess, mit dem Leute in Bewegung kommen. Dieser natürliche Prozess, mit dem Leute Teile von revolutionären Gruppen werden, so wie es eigentlich früher war. Wie wir häufig auch immer hochhalten, damals die Zeiten, als noch die Straßen mit großen Massenmobilisierungen gefüllt waren, wo es eigentlich auf jede Repression, jede Verschlechterung unserer Lebensbedingungen eine direkte Antwort gab. Ja, es war auch, weil die Leute nicht einfach so, wenn sie einer Gruppe beitreten wollten, ins kalte Wasser geworfen wurden, sondern es einen natürlichen Prozess gab, wie man nach und nach schon so etwas Zugang gefunden hat, weil man die Leute schon kannte, weil man sich schon aus dem Arbeitersportverein, aus der Kneipe oder auch einfach nur durch ganz normale Begegnungen auf der Straße schon kannte. Und das ist ja wirklich was, wo es einen riesigen Anreiz für uns geben sollte, das wieder herzustellen. Du redest jetzt vor 45, oder? Ja, vielleicht hat mich auch einfach dieses Bild, was wir hier von der Roten Ruhr-Armee in meinem Zimmer hängen haben, inspiriert dabei. Die Nostalgie. Die Nostalgie. Nein, aber es ist ja total wichtig, dass man sich irgendwie nicht als schon gemachte Revolutionäre oder RevolutionärInnen begegnet, sondern einfach als NachbarInnen. Das hat ja irgendwie was viel Entspannteres, als diese, ja, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast von dieser unangenehmen Situation, irgendwie andere Linke dann irgendwie zu treffen, ich glaube, das kennen halt einfach wirklich viele. Und es ist halt viel schöner, sich als NachbarInnen zu begegnen und die vielleicht irgendwann gemeinsam zu RevolutionärInnen werden, so anstatt schon vorauszusetzen oder irgendwie immer nur die nächste Demo zu planen oder was auch immer, sondern sich einfach über alltägliche Dinge auch auszutauschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ja tatsächlich auch einfach ein Prozess für uns selbst ist, dass wir halt wieder in großen Anführungsstrichen zu normalen Menschen werden. Das meine ich jetzt halt wirklich einfach so von, dass du halt in der Lage bist, einfach normal mit Menschen zu kommunizieren und halt nicht, ja, sorry, aber nicht mehr halt einfach jede komische Bemerkung darauf mit was weiß ich was zu reagieren und Leute direkt komisch anzugucken, weil sie nicht die gleiche Kleidung haben. Und das ist ja deswegen, das ist auch ein Prozess für uns, das wieder zu erlernen, so auf Menschen zugehen zu können, dass die Leute nicht direkt von uns abgeschreckt sind. Und der wichtigste Punkt, um das natürlich zu erreichen, ist die Schaffung von beständigen Räumen, weil das, was ganz zentral ist bei jeder Form von Basisarbeit, ist natürlich die Kontinuität. Das ist das A und O. Ohne Kontinuität wird man da nichts erreichen, weil wir natürlich hier in Zeiträumen sprechen, wo auch Erfolge nicht im Kontext von ein paar Wochen oder Monaten zu sehen sind oder anhand von einer großen Aktion oder so, sondern eben in einem beständigen Dasein, in einem beständigen Arbeiten. Das funktioniert natürlich vor allen Dingen gut, wenn wir eine eigene Infrastruktur haben, wenn wir diese eigene Zugänglichkeit haben. Und das ist dann auch natürlich eine Struktur, die nicht so stark abhängig ist von jetzt einzelnen Personen oder Gruppen, weil das natürlich im Idealfall dann auch aus einem größeren Kreis besteht, der sowas dann auch auffangen kann, wenn mal irgendwer wegbricht oder so. Und natürlich auch nicht vom Bang immer um den großen Erfolg der nächsten großen Mobilisierung oder der nächsten Kampagne, die man anstößt, sondern eben mit diesen kleinen alltäglichen Erfolgen, die sich dann über die Zeit summieren. Und das finde ich bei diesem ganzen Thema Beständigkeit auch immer ganz interessant, dass es natürlich so ist, dass auf den ersten Blick das häufig immer etwas unspektakulärer wirkt als das, was viele dann mit diesem ganzen großen Schlagwort Aktivismus verbinden. Von den großen Sachen, die es dann in die Schlagzeilen schaffen, von diesen Momenten der Grenzüberschreitung des eigentlich vorherigen kleinbürgerlichen Lebens, von brennenden Barrikaden, besetzten Tagesbauten und der großen Konfrontation mit der Staatsgewalt. Aber nur so funktioniert es wirklich. Und an sich ist es ja auch ein schöner Gedanke, dass diese beständigen Räume es schaffen, dass man sich nicht immer wieder Sorgen machen muss. Läuft jetzt diese große Kampagne? Schaffen wir es jetzt nochmal richtig viele Leute auf die Straße zu bringen, um dadurch dann wieder Leute aus dieser großen Kampagne oder Mobilisierung dann wieder in die eigenen Strukturen spülen zu können und damit dann für Nachwuchs zu sorgen? Nein, das ist dann wirklich ein ganz niedrigschwelliger und ganz natürlicher Prozess, wie diese Beständigkeit geschaffen werden kann. Ich glaube auch, dass wir dann auch ganz andere Maßstäbe brauchen, um irgendwie zu schauen, sind wir jetzt erfolgreich? Weil das kann man halt dann nicht irgendwie innerhalb von ein paar Wochen sehen, wie viele Leute erscheinen jetzt irgendwie zu unserer Demo, sondern halt wirklich, wie beständig sind wir? Wie schaffen wir es wirklich NachbarInnen, die nicht schon vorher organisiert links waren, in das Projekt irgendwie mit einzubinden und auch eben nicht nur über mehrere Wochen, sondern über langere Zeit? Und auch da ist es eben total wichtig, auch diesen Raum zu haben, weil man sich dann eben auch nicht nur trifft irgendwie jeden Mittwoch um 17 Uhr zum Plenum, sondern einfach auch so gemeinsam irgendwie trifft und Ortschaft, genau, wo man einfach immer wieder in Kontakt ist, auch immer wieder irgendwie Gesicht zeigt. Zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, man hat eben nicht diese krassen Erfolgsgeschichten in Anführungszeichen wie irgendwie andere meditante Bewegungen so, weil man hört auch oft den Vorwurf irgendwie aus der Linken, dass so Basisarbeit relativ bürgerlich wäre oder dass auch der Hang irgendwie dazu geht, irgendwie bürgerlich zu sein, aber ich denke auch, so das ist halt diese Abgrenzung, immer wieder zu sagen, ja nee, wir sind ja militant und wir treten alle im Black Block auf, so wir haben jetzt die letzten 10, 15 Jahre gesehen, dass es einfach nicht erfolgreich ist und sich immer wieder da rauszuziehen, so aus der Gesellschaft und aus diesem, also genau, nur weil man irgendwie anschlussfähig für die NachbarInnen ist, heißt das ja nicht, dass man bürgerliche Ideale oder Werte irgendwie vertritt. Ich finde das auch wirklich furchtbar spannend, dann diese Entwicklung von so Basisprojekten halt über so einen langen Zeitraum zu verfolgen und da dann auch so verschiedene Etappen drin zu sehen, wenn man so einen Raum eröffnet, dann ist es am Anfang vielleicht schon ein Erfolg, wenn überhaupt Nachbarschaft regelmäßig mal vorbeikommt oder mal zu einer Sozialberatung vorbeischaut und dann halt darüber so ein Hilfsangebot dann halt wahrnimmt und da kann man natürlich dann sagen, ja gut, das ist dann irgendwie eigentlich wie so ein normales Café oder wie irgendwie einfach so eine Caritas-Initiative, aber natürlich ist es dann die Frage, wie kann ich jetzt halt darüber weiterkommen und das muss man dann eben wirklich in diesen Etappen sehen, weil natürlich auch Vertrauen der Menschen, das ist ja genau das, worum es auch einfach geht, dass man dieses Vertrauen halt aufbaut und das geht halt nun mal nicht über Nacht und ich denke, sowas dauert dann halt Jahre, aber dann ist es halt auch wirklich, denke ich, spannend zu sehen, dass man damit auch ganz andere Ebenen erreicht, als das mit so einer Kampagnenpolitik der Fall ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an Bremen, ist natürlich ein gutes Beispiel, wir haben ja auch eine Folge mit den Genossinnen aus Bremen zu der Preisentwicklung gemacht und zu den Kämpfen dagegen, da gab es jetzt letztens dann halt von der Initiative die Soldatischen Gröpeling, die dann auch Nachbarschaftsraum dort seit Jahren haben, dann auch mal eine Kundgebung gegen diese Preiserhöhung, wo halt wirklich, wenn du dir diese Kundgebung ansiehst, die halt aus diesem Nachbarschaftsraum mobilisiert ist, also aus einem linken revolutionären Nachbarschaftsraum mobilisiert ist an der Stelle, ja sowas habe ich halt noch nie gesehen einfach, von wie sich diese Leute, die halt zu dieser Kundgebung zusammensetzen und das ist halt dann das Besondere, was halt nur über Jahre halt entstehen kann, dass nicht mal so was willkürlich irgendwie passiert, weil es halt zum Beispiel so eine größere Geschichte gibt, wie jetzt bei Black Lives Matter oder so, wo dann natürlich auch ganz viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, sondern wo das aus eigenen Kräften, der revolutionären Linken gelingt, einfach mal so 100 Leute auf die Straße zu bringen, wovon halt 70 Leute nicht jetzt einfach nur irgendwelche Studielinken sind, sondern halt alle Teile von Gesellschaft, die halt in diesem Viertel sozusagen repräsentiert sind und das sollte dann auch das Ziel letztendlich von solchen Nachbarschaftsräumen sein, genau sowas anzuvisieren, diese Breite dann auch irgendwann repräsentieren zu können. Genau und eben auch nicht nur dann zu problematisieren, okay irgendwie es gibt Preiserhöhungen und die sind scheiße, sondern dann halt auch wirklich diesen politischen Aspekt dann da immer reinzubringen, ja woher kommen die, wer ist davon betroffen und dann eben wirklich auch eine Kundgebung gemeinsam zu organisieren, wo dann natürlich auch noch irgendwie alle zu kommen, das ist natürlich echt ein Paradebeispiel, wozu es eben führen kann, so erfolgreiche Basisarbeit. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu sozialer Arbeit, weil bei sozialer Arbeit könnten wir dann irgendwie schauen, okay welche Hilfen, können wir noch Wohngeld beantragen, was kann man irgendwie noch machen, aber es ist halt immer nur so Symptombekämpfung so oder vielleicht irgendwie eine minimale individuelle Verbesserung so für Menschen, aber daraus dann halt wirklich diesen kollektiven Kampf zu ziehen für den ganzen Stadtteil einfach einzutreten, das ist halt ein riesiger Unterschied und das ist total die Stärke, die die Linke da einbringen kann. Ich finde, man sieht dann diesen Unterschied natürlich auch immer in der anderen Altersstruktur, dass wenn wir uns dann diese wirklich erfolgreichen Projekte angucken und dann auch diese Mobilisierung, die sie hervorbringen, man auch einfach im Alter die Gesellschaft viel mehr abgebildet sieht. Da finde ich, ist es dann bei dem ganzen Thema Beständigkeit auch immer total spannend zu sehen, wie dann auch diese Generationenwechsel und dieses Älterwerden in linken Strukturen einfach richtig funktioniert. Wir reden so häufig darüber, wie furchtbar das ist und oder das ist ja auch nicht stimmt, da gibt es ja auch Stimmen, dass dieses bürgerliche Argument von, ja, wenn man jung ist, ist man Kommunist, Anarchist, mal für eine Phase und dann ist irgendwann die rebellische wilde Zeit vorbei. Dann bin ich die CDU. Ja, aber zu einem gewissen Punkt stimmt es ja. Wir sehen das ja in unseren eigenen Bewegungen, dass es einen sehr starken Überhang von Anfang über Mitte bis Ende 20-Jährige gibt, die danach dann mit 30 dann irgendwann aufhören, aktiv zu sein. Und ich finde, viele der Erfolge, die wir dann beispielsweise der kurdischen Bewegung zuschreiben, wo dann ganze Generationen aktiv sind, liegen dann auch genau in der Beständigkeit. Wie viele Orte in Deutschland gibt es denn tatsächlich, in denen Leute ihr ganzes Leben über in linken Räumen, in linken Gruppenbewegungen sozialisiert werden und das dann auch an ihre Nachkommen weitergeben. Und die auch davon erzählen können, dass es ein Prozess des ganzen Lebens war und nicht immer nur die Sätze dann damit einleiten müssen, als ich noch jung war, als ich studiert habe, als ich 20 war. Und das ist auch etwas Zentrales, was wir schaffen müssen, um tatsächlich wieder eine richtig lebendige Bewegung zu sein, die nicht einfach nur eine Jugendbewegung ist. Weil ich möchte nicht einfach nur Teil von einer Jugendbewegung sein, sondern von einer revolutionären Bewegung. Das finde ich dann auch natürlich ganz interessant, dass genau der Punkt sich von der kurdischen Bewegung dann irgendwie nicht abgeguckt wird oder nur sehr, sehr rudimentär, dass die kurdische Bewegung ja in Deutschland, weil du es gerade angesprochen hast, ja wirklich sehr, sehr viele Kulturräume hat und klar, man kann vielleicht an ihr kritisieren, dass sie sich oftmals aus vielen Kämpfen heraushält, die in Deutschland relevant sind und sich nur um die Kämpfe in Kurdistan dreht, aber sie haben halt eine faktische Kultur und Hilfspolitik in ihrer Community über diese ganzen Räume, die sie verwalten. Und das ist ja faktische Nachbarschaftsarbeit, die sie da halt betreiben und da sind sie aus linker Perspektive die mit Abstand stärkste Kraft überhaupt. Wir wollen aber natürlich auch eine starke Kraft in Basisarbeit werden und das ist letztendlich auch der Punkt, der uns dazu bringt, zu unserem letzten Punkt heute und zwar dem Union Salon, also dem Aufbau von Nachbarschaftsarbeit in Dortmund. Da ist natürlich die Frage, wie kam es erstmal dazu? Ich denke, ganz zentral ist erstmal die verschiedenen Überlegungen, die wir heute angestellt haben und Diskussionen, die wir geführt haben, sind natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, warum es dazu gekommen ist, dass wir jetzt auch nochmal das stärker fokussieren, diese revolutionäre Nachbarschaftsarbeit. Teile von uns, die jetzt in dieser Initiative sind, haben natürlich auch in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit Nachbarschaftsarbeit gesammelt und auch Lehren daraus gezogen. Also da sind halt natürlich auch vergangene Ansätze, wo man einiges sicherlich auch erreicht hat und wo man einiges sicherlich auch erlebt hat, auch einige Erfolge gefeiert hat in dieser Hinsicht. Das probieren wir jetzt halt auf einem anderen Level nochmal zu machen und viel zielgerichteter zu praktizieren, als wir das damals gemacht haben. Ich meine, wir haben ja auch eine Folge zum Black Pigeon vor längerer Zeit mittlerweile schon gemacht, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Hatten wir auch einen Gast aus dem Kollektiv da, die Anna. Und ich war ja auch sehr lange im Black Pigeon Kollektiv aktiv und habe den Raum mit geprägt und gestaltet. Wenn ihr den Raum kennt, dann werdet ihr ja auch sehen, dass das Ganze von vornherein auch so gedacht war, als etwas, was im Viertel stattfindet mit schönen großen Scheiben und wo man halt eben reingucken kann, was auch offen erstmal wirkt. Aber über die Zeit würde ich halt auch sagen, und das sei dann noch ergänzt, auch letztendlich zu der Folge, die wir damals mit dem Black Pigeon gemacht haben, ist auch dieser Anspruch von Nachbarschaftsarbeit eher immer mehr in den Hintergrund gerückt und halt die Aspekte, die der Laden natürlich auch immer hatte, halt ein Bewegungsraum zu sein, der halt auch wichtige Impulse für die Bewegung setzt oder Raum bietet und Veranstaltungen bietet, hat halt immer mehr Überhand genommen. Somit haben sich halt auch natürlich dann politische Vorstellungen und Strategievorstellungen mit der Zeit gewandelt. Und so ist es letztendlich auch dazu gekommen, dass wir nochmal gesagt haben, wir brauchen halt eine neue Initiative, wir brauchen einen neuen Ansatz, wo wir nochmal von der Pike auf, wirklich von der Pike auf sagen, wir bauen einen Raum auf, der sich nur darum dreht, in dem es quasi ein Verbot für linke Szene-Politik gibt. Und das hört sich jetzt erstmal krass an vielleicht, aber man wirklich sagt, wir machen nur Angebote, die auch für die Nachbarschaft zumindest potenziell interessant sind. Und das ist eigentlich so der Ausgangspunkt, wie jetzt auch diese Initiative nochmal gestartet ist für den Union Salon. Genau, dann kann ich ja direkt mal dazu überleiten, wie denn die Grundlagen so sind für den Union Salon und was wir uns so darunter vorstellen. Genau, der Union Salon wird eben ein Anlaufpunkt für die gesamte Nachbarschaft. Ich glaube, vieles, was ich jetzt gleich vorstelle, ergibt sich einfach auch aus dem Gespräch, was wir vorher hatten. Wir wollen eben einen Raum schaffen in der Nachbarschaft, wo es erstmal keinen Zwang gibt, auch finanziell irgendwie Geld loszulassen. Also es gibt ja sonst tausende Orte irgendwie, wo du für fünf Euro gerne Kaffee trinken kannst, dann kannst du da auch gerne sitzen bleiben. Wir wollen eben einen Raum schaffen, wo alle Leute hinkommen können, gerne natürlich auch sich einen Kaffee trinken können, vielleicht auch Kuchen gibt. Dann wollen wir den Raum eben niedrigschwellig gestalten. Wir wollen den einfach ansprechend machen, dass Leute da gerne Zeit verbringen, dass man nicht irgendwie nach zwei Stunden wieder los möchte, sondern dass man einfach gerne dort Zeit verbringt, dass es dort genau eine Möglichkeit gibt, auch für Eltern, eine Kinderecke, eine Spieleecke. Es ist eben einfach wichtig, einen Ort zu schaffen, wo man gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man irgendwie die Vereinzelung total gespürt. Ich glaube, das ist eh etwas, was in dem Kapitalismus voranschreitet, so, aber gerade die Corona-Zeit war da, glaube ich, nochmal so ein Wendepunkt, wo man einfach gespürt hat, wie wichtig einfach soziale Kontakte sind. Und da soll der Raum eben auch einfach eine Verknüpfung herstellen, dass wir uns als NachbarInnen kennenlernen, dass wir aber auch unsere verschiedenen Fähigkeiten kennenlernen, dass wir sehen, boah, okay, das ist nicht nur mein Nachbar, sondern keine Ahnung, der schraubt auch super gerne an Autos und ich passe total gerne auf Kinder auf, sodass wir uns einfach auch sehen, welche Stärken wir alle haben, wie man irgendwie verknüpfen kann und wo man einen Ort schafft für gegenseitige Hilfe und Unterstützung und eben dann auch für Selbstorganisierung, genau, dass wir einfach uns auch motivieren oder uns auch trauen, einfach für unsere Interessen uns einzusetzen, dass wir merken, okay, es gibt viele Leute, die auch irgendwie die Interessen haben, dass wir einfach auch gemeinsam lernen, so zu kämpfen und für unsere Interessen einzutreten. Ja, was natürlich auch ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ist, dass wir politische Angebote schaffen wollen, die aber sich an die Nachbarschaft eben richten. Das wollen wir vor allen Dingen mit offenen politischen Treffen zu verschiedenen Themenbereichen erreichen, als auch mit Diskussionsrunden zu aktuellen Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine Situation wie mit dem Ukraine-Krieg, ja, das ist ja eine Sache, die bewegt ja wirklich die gesamte Welt und dann ist es natürlich auch eine gute Idee, wenn wir als Linke dazu in der Nachbarschaft ein Diskussionsangebot machen, wo Interessierte auch hinkommen können. Es gibt da natürlich noch weitere Ideen, dass wir zum Beispiel das Ganze mit einer Nachbarschaftszeitung verbinden, wo wir dann immer auch das aktuelle Programm vorstellen und da auch so ein bisschen, ja, zu verschiedenen Sachen, die Leute bewegen halt, unsere Ideen repräsentieren und dann natürlich auch darüber, in Kontakt kommen. Also es soll halt wirklich ein lebendiges Projekt, das auch auf der Straße stattfindet, sein, wo wir die Leute dann eben auch mobilisieren, in den Raum zu kommen und dort das Ganze zu vertiefen und das dann natürlich vor allen Dingen auch mit möglichst großen Nachbarschaftsversammlungen erreichen, wo dann auch die Probleme und Anliegen der Nachbarschaft entsprechend dargestellt werden können, angegangen werden können. Dann wollen wir natürlich auch schaffen, dass wir die, genau, dass Leute einfach auch Teil des Kollektivs werden, dass sie sich immer mehr auch selbst für den Raum verantwortlich fühlen, weil wir den einfach gemeinsam mit der Nachbarschaft organisieren und da gibt es eben auch verschiedene Modelle, ja, dass eben Tickenschichten übernommen werden, dass einfach es total viele Aufgaben ja auch mit so einem Raum einhergehen, die eben mit total vielen verschiedenen Fähigkeiten auch übernommen werden können und wo Leute sich dann auch einfach einbinden können und aktiv werden können. Mit diesem Union-Salon gibt es eben auch noch einen autonomen Frauenraum. Einfach da wir patriarchale Unterdrückung eben ganz eng mit der kapitalistischen Unterdrückung so verwoben sehen, sehen wir auch einfach die Notwendigkeit, dass Frauen da auch nochmal einen eigenen Raum haben, sich auszutauschen, weil es natürlich dann nochmal spezifische Unterdrückungsformen gibt. Wir dann einen Raum schaffen wollen, in dem man eben auch über patriarchale Gewalt vernetzen kann oder sprechen kann und das eben in dieser Stadtteil-Vollversammlung, Stadtteil-Versammlung auch immer ein eigener Slot, ein eigener Platz nochmal ist für die spezifischen Interessen der Frauen und eben dann auch geschaut wird, zum Beispiel durch Angebote für Mädchen, für Stärkung von Mädchen und von Frauen, dass wir da irgendwie nochmal einen Austausch schaffen. Gerade weil Frauen auch einfach immer in so eine passive Rolle gedrängt werden, denken wir, dass total viel Potenzial und Kraft auch darin steht, wenn wir es schaffen, uns einfach als starke, aufmüpfige Frauen irgendwie zu erleben. Deshalb haben wir auch den Namen Lyra gewählt, weil das eben auch für aufmüpfige, widerstandsfähige Frauen steht. Wir freuen uns einfach auch, einen Raum zu schaffen und eben Potenziale auch in uns zu entdecken, die wir sonst auch gar nicht kennen und natürlich auch diesen Ort der gegenseitigen Hilfe, der bei Frauen natürlich auch nochmal spezifischer ist, ob das jetzt irgendwie Erleben von patriarchaler Gewalt ist, ob es irgendwie Kindererziehung ist und eben auch spezielle Beratungsangebote, zum Beispiel irgendwie durch eine Hebamme, aber auch irgendwie im Austausch mit anderen Müttern oder wie auch immer freuen uns da drauf. Es sind gerade auch noch in der Planung, es gibt schon total viele coole Ideen, aber sind natürlich auch in der Planung dann mit den Frauen aus der Nachbarschaft, was da die Bedürfnisse sind. Ja, wie sich dieses Projekt dann konkret materialisiert als Raum, wird natürlich auch sehr stark davon abhängig sein, welche Räumlichkeit wir bekommen können. Also das muss man halt dazu sagen, Lüra wird eben ja Teil der Nachbarschaftsräumlichkeit sein und da müssen wir halt genau schauen, wie wir das dann halt gestalten können und davon hängen natürlich auch viele Angebote und Möglichkeiten, die wir dann letztendlich als Initiative haben, ab, das zu gestalten. Was natürlich auch eine Geldfrage ist, deswegen schaut gerne auch an der Stelle mal bei unserer Quadfunding-Kampagne da vorbei, wo ihr uns auch unterstützen könnt, damit wir natürlich möglichst große Räume bekommen, um alles zu verwirklichen, was wir uns vorstellen. Ja, aber natürlich existiert so ein Raum wie der Unionsalon nicht einfach im leeren Raum, sondern wie der Name schon sagt, gibt es da einen ganz konkreten Fokus auf ein Viertel und das ist nämlich das Union-Viertel. Und was an diesem Punkt beim Projekt spannend ist, ist, dass es nicht einfach nur spontan zu dieser Entscheidung kam, in dieses Viertel zu gehen, sondern dass dahinter auch eine Strategie steckt. Zuerst ist es natürlich so, dass auch diverse Leute aus dem Kollektiv selber in der Nachbarschaft leben und ich denke, das ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung, um überhaupt so einen Nachbarschaftsraum zu machen, sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber was sehr selten passiert, wenn so ein Projekt geplant wird, ist, dass man sich überhaupt erstmal ganz konkret anschaut, was für eine Nachbarschaft habe ich hier eigentlich vor mir und wir haben es ja auch schon ganz am Anfang etwas ausgiebiger diskutiert, dass das ziemlich wichtig ist, sich überhaupt anzuschauen, in welcher Nachbarschaft will ich meine Nachbarschaftsarbeit überhaupt machen. Das Union-Viertel ist da, denke ich, hier in Dortmund sehr spannend, weil in diesem Viertel viele Entwicklungen zusammenkommen, die aktuell Dortmund bewegen. Es ist ein sehr zentral gelegenes Arbeiterviertel im Dortmunder Westen entlang der Rheinischen Straße. Zum einen gibt es dort natürlich um das Dortmunder U sehr, sehr viel Aufwertung, sehr viel Prestigeprojekte von der Stadt, eingehend mit der Gentrifizierung, die wir auch schon vorher im Dortmunder Kreuz- oder Klinikviertel gesehen haben, für die von euch, die dort etwas ortskundiger sind. Aber gleichzeitig ist es immer noch ein wirklich ganz, ganz klassisches Ruhrpott- Arbeiterviertel mit vielen unterschiedlichen migrantischen Gruppen, sehr viel Prekarität, sehr viel Arbeitslosigkeit und vielen gesellschaftlichen Fragen, die wir da eigentlich in einem Brennglas betrachten können. Und genau deswegen war es für uns auch spannend, dort das, was es auch schon an unterschiedlicher, sagen wir mal, sozialarbeitischer Infrastruktur gibt, nochmal wirklich mit einem revolutionären Projekt zu ergänzen, weil wir einfach denken, dass es dort sehr viel Potenzial gibt. Es ist beispielsweise auch spannend, dass es dort keinen konkreten linken Raum gibt. Es gibt zwar angrenzend ein, zwei Räume, aber an sich ist es ein Viertel, in dem zwar diverse Linke leben und man auch merkt, dass es einfach eine gewisse linke Kultur vor Ort gibt, aber es durch auch eben den Fokus, den ihr bestimmt auch aus euren Städten kennt, immer auf ein besonderes Viertel, was dann das Szeneviertel ist, es sehr lange einfach vernachlässigt wurde. Neben diesen ganz allgemeinen Punkten, die ihr natürlich auch schon aus anderen Vierteln kennt, ist es auch spannend, sich das Unionviertel nochmal genauer anzugucken mit seinen Besonderheiten, wie beispielsweise der größten tamilischen Community in ganz Deutschland, die auch selber sehr politisiert ist, dann natürlich vor allem in die Richtung der Liberation Tigers of Tamil Elam. Aber nichtsdestotrotz ist auch eine starke Politisierung im Viertel von den einzelnen Communities gibt, es auch eine lange Tradition des Kampfes gegen die in Dorstfeld ansässigen Faschisten gibt, weil es räumlich recht nah ist und man sehr einfach von dem Dorstfelder Kern, wo die Nazis wohnen, hoch ins Unionviertel kommt und deswegen diverse Konfrontationen über die Geschichte gab und vermutlich auch mit unserer Raumgründung wieder geben wird, da die Dortmunder Nazis dort jetzt verstärkt auch wieder in dem Viertel aktiv werden. Ja und in dem ganzen Prozess des Aufbau des Projektes haben wir auch gesehen, dass man es wirklich nur jedem Raumprojekt, was sich neu gründet, ans Herz legen kann, sich mal, bevor man das macht, auch ganz genau anzuschauen, wo werde ich da aktiv, was für Einrichtungen gibt es eigentlich bei mir im Viertel, wie ist die Nachbarschaft zusammengesetzt? Woran mangelt es auch? Was können wir als radikale Linke wirklich bieten, was es dort noch nicht gibt, um am Ende des Tages eine wirklich erfolgreiche Nachbarschaftsarbeit zu leisten? Und an dem Punkt kann man ja auch ein kleines Shoutout geben an, ihr habt das gerade schon genannt, solidarischen Gröppeling, aber auch die Genossinnen aus Münster, Bergfiedel solidarisch, weil ich glaube, das, was die jetzt in den letzten Jahren so schon auf die Beine gestellt haben, war halt auch eine große Inspiration. Ja, einfach, dass man von Kämpfen von so Projekten einfach auch schon lernen kann. So, und es war auf jeden Fall super sinnvoll, jetzt in dem ganzen Prozess einfach schon mal zu schauen, was läuft in manchen Städten gut, wo kann man einfach auch schon anknüpfen? Ja, und generell finde ich auch zu der Folge heute, die wir gestaltet haben, gibt es, finde ich, ein ganz gutes Kit an die Hand, um zu sehen, dass es sich wirklich für uns als radikale Linke lohnt und auch wichtig und essentiell ist, mehr auf Nachbarschaftsarbeit zu fokussieren. Gleichzeitig ist aber natürlich auch klar, dass es nicht bei einzelnen Modellprojekten bleiben kann, weil natürlich die Ansätze, die es gibt, werden vielleicht in der Tendenz immer zahlreicher, aber sie sind natürlich immer noch sehr marginal, weil am Ende des Tages brauchen wir theoretisch natürlich in jeder Nachbarschaft einen solchen Raum und in dem Sinne finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir eure Unterstützung hier brauchen. Da wir natürlich sehr begrenzte Mittel nur zur Verfügung haben und alles aus eigener Kraft stemmen müssen, möchte ich euch gerne nochmal aufrufen. In der letzten Zeit, wo diese Folge erscheint, natürlich auch nochmal die Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen. Wir werden auch in Kürze auch eine Möglichkeit veröffentlichen, wie ihr uns regelmäßig unterstützen könnt mit Daueraufträgen, weil wir natürlich dann auch ein Konto einrichten, wo Leute uns dann auch auf Dauer supporten können und dann werden wir auch mit den Kräften, die wir hier vor Ort haben, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache auf die Beine stellen, da bin ich mir sicher. Wir haben eine tolle Gruppe, wir haben wirklich einiges an Kraft, um dieses Vorhaben zu realisieren und ich denke, wir freuen uns alle sehr doll darauf, dass wir das, was wir auch in dieser Folge formuliert haben, nochmal in ganz anderen Bahnen, wie wir es bisher auch getan haben, realisieren zu können und dort durchzustarten. In dem Sinne würde ich sagen, ist das auch das Ende unserer heutigen Folge. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst und wir das hier zusammen einmal besprochen haben, auch in der Öffentlichkeit. Ja, danke euch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch von mir und dann bin ich mal gespannt, was ihr jetzt in der Community, ihr dir jetzt zuhört, dann alles für schöne neue Nachbarschaftsprojekte nach dieser Folge auf die Beine stellt. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Zuallererst empfehlen wir euch heute das Buch Revolutionäre Stadtteilarbeit. Zwischenbilanz einer strategischen Neuausrichtung linker Praxis. Das Buch ist im Unrast Verlag erschienen und ihr könnt es euch entweder dort bestellen oder auch online kostenlos als PDF aufrufen. Die zweite Empfehlung ist ein Text von mir und zwar habe ich am 1. Februar diesen Jahres einen Artikel auf anarchismus.de veröffentlicht mit der Überschrift Der Aufbau von Nachbarschaftsräumen als anarchistische Massenarbeit. Und als drittes natürlich die Kanäle vom Unionsalon, unionsalon.de und die Crowdfunding-Kampagne. Alle Empfehlungen und Links findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Zuallererst empfehlen wir euch heute das Buch Revolutionäre Stadtteilarbeit. Zwischenbilanz einer strategischen Neuausrichtung linker Praxis. Das Buch ist im Unrast Verlag erschienen und ihr könnt es euch entweder dort bestellen oder auch online kostenlos als PDF aufrufen. Die zweite Empfehlung ist ein Text von mir und zwar habe ich am 1. Februar diesen Jahres einen Artikel auf anarchismus.de veröffentlicht mit der Überschrift Der Aufbau von Nachbarschaftsräumen als anarchistische Massenarbeit. Und als drittes natürlich die Kanäle vom Unionsalon, unionsalon.de und die Crowdfunding-Kampagne. Alle Empfehlungen und Links findet ihr wie immer unten in der Beschreibung.